Wir sind bekannte, wir hatten ja Geburtstag vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren? Ach nee. Da habe ich dir eine Karte geschenkt zum Geburtstag bei der Familie, wo ich noch toll bin. Aber das ist ja jetzt zwei Jahre lang ausgefallen. Jetzt sagt man, dass wir jetzt feiern, dass er noch guckt ist. Dann kann man über die Dufte sprechen. Da ist ein Leben lang. Dann wäre das ein Leben lang. Da war es mir jetzt nicht mehr verletzt. Das ist ja schwer. Das ist ja noch HAS. Das ist ja schwer. Aber so war es das Leben lang. Ich glaube, dass das Leben lang genutzt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.